Wir starten heute jetzt mit dieser neuen Sommerserie, die bereits angekündigt worden ist, mein Lieblingsbibeltext. Ich habe die Prediger dieser Serie gebeten, vor einem halben Jahr mir ihren Lieblingsbibeltext mitzuteilen und habe mich dann selbst auch gefragt, ja was sind denn meine zwei Lieblingsbibeltexte? Und da gibt es ja ganz viele Lieblingsbibeltexte. Da gibt es Texte, da geht es um das, was Jesus getan hat, die habe ich sehr gerne, was er heute für mich tut, Verheissungen, Zusagen. Da habe ich mich entschieden, ich möchte heute eine Predigt halten über Apostelgeschichte 12, zum Titel nicht nur Ironie. Warum dieses Kapitel? Zum einen bedeutet mir dieser Text deshalb so viel, weil ich ziemlich genau auf den Tag vor 13 Jahren meine erste Sonntagsmorgenspredigt über diesen Text Apostelgeschichte 12, 1 bis 12 gehalten habe. War ein Unterrichtsabschluss, habe ich noch sehr besonders in Erinnerung. Und zum anderen bedeutet mir dieser Text deshalb so viel, weil es einfach unglaublich erstaunlich ist, was in diesem Text geschieht. Jemand sagte mir mal, Apostelgeschichte 12 ist das Kapitel der Ironie in der Bibel. Und dieses Kapitel zeigt mir, egal wie unlogisch mein Verhalten ist, Gott kommt trotzdem zum Ziel. Er hat alles im Griff. Bevor wir dieses Kapitel Apostelgeschichte 12 gemeinsam betrachten, möchte ich noch zwei, drei Dinge sagen zum Thema Ironie. Ironie, das wissen wir vermutlich, ist feiner, verdeckter Spott, der etwas zu treffen versucht, indem er durch übertriebene Zustimmung lächerlich macht. Bei Ironie geht es darum, das Gegenteil zu sagen von dem, was man denkt. So wie das beispielsweise Hiob getan hat in Hiob 12, 2. Als er sagte, wahrhaft, ihr seid besondere Leute, mit euch stirbt die Weisheit aus. Oder Gott, er hat zu Hiob gesagt, Hiob 38, 21, zu Hiob, Ja, Hiob, ganz gewiss, du warst schon geboren damals, als ich sie schuf. Du lebst ja seit uralten Zeiten. Natürlich nicht. Ist ironisch. Oder auch Jesus, er benutzte Ironie, als er die Menschen fragte, für welches meiner guten Werke wollt ihr mich jetzt einigen? Oder dann Markus 7, 9, Wahrhaft oder wunderbar setzt ihr Gottes Gebot ausser Kraft, sagt Jesus. Wunderbar, wie ihr das macht. Ist ironisch, sarkastisch. Das ist so die eine Bedeutung von Ironie. Man sagt das Gegenteil von dem, was man denkt, und zwar so, dass es für alle klar ist. Es ist nicht Lüge. Lüge will täuschen, Ironie will nicht täuschen. Ironie will offensichtlich sein. Es gibt aber noch eine ganz andere Verwendung vom Wort Ironie, oder ein bisschen anders, und das ist so das, was wir kennen, mit Ironie der Geschichte. Oder wenn die Absicht einer Handlung irgendwie das Gegenteil bewirkt, was man wollte, und es ist dann irgendwie einfach Ironie der Geschichte so. Denkt hier an Voltaire. Erkennt ihr Voltaire, diesen Gottesleugner, er ist 1778 gestorben, bei der Französischen Revolution dabei. Und er hat mal gesagt, 100 Jahre nach meinem Tod gibt es keine Bibel mehr. Die letzte Bibel wird dann irgendwo in einem Trödlerladen noch aufliegen. 50 Jahre nach dem Tod von Voltaire nahm man seine Druckerpresse in seinem Haus, die Genfer Bibelgesellschaft, und hat bei dieser Druckerpresse Bibeln gedruckt, in Massen. Das ist die Ironie der Geschichte. Und in diesem Sinn, Ironie der Geschichte, möchte ich Apostelgeschichte 12 verstanden wissen. Einfach komisch, was da passiert, und in meinen Augen auch teilweise etwas lustig. Also schlagen wir gemeinsam auf, Apostelgeschichte 12, ich lade euch ein mitzulesen. Es wird euch sehr viel einfacher fallen, meiner Predigt zu folgen, wenn ihr die Bibel vor euch habt. Apostelgeschichte 12, ich beginne mit Vers 1, dann gehen wir Vers für Vers so durch. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Um diese Zeit, es war wahrscheinlich der 1. Mai im Jahr 44, Passafest, da legte Herodes Hand an einige der Gemeinde. Die Gemeinde hat stark an Ansehen gewonnen in Jerusalem. Großen Einfluss, sie wurde richtig relevant irgendwie in dieser Umgebung, und da hat Herodes Hand an sie gelegt. Ich finde das ganz spannend so, dieser mögliche Zusammenhang zwischen Einfluss der Gemeinde und Verfolgung. Ich merke das bis heute, dass dort, wo die Christen wie Einfluss haben, auch in der Schweiz so, wo es Ortschaften gibt, wo die Christen Einfluss haben auf Politik und Umwelt und Gesellschaft, dass dort plötzlich die Verfolgung wie zunimmt. Dass man plötzlich beim SRF in einer Satiresendung vorkommt und lächerlich gemacht wird, in einer Late-Night-Show und so. Weil man plötzlich merkt, da gibt es ja Christen in diesem Land, die das noch glauben und so, und die Einfluss haben. Wir denken vielleicht schnell mal, wir sollten Einfluss haben, gesellschaftsrelevanter werden, und wer mich kennt, weiss, ich bin da ganz dafür. Ich bin unglaublich dankbar für die letzten 2000 Jahre, wo der christliche Glaube sich ausgebreitet hat. Das hat uns sehr viel Segen gebracht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass, wenn wir vielleicht auch in unserer Umgebung an Relevanz gewinnen, dass dann auch der Gegenwind zunehmen wird. Oder zunehmend stärker werden kann. Sind wir auch dazu bereit? Lese weiter Vers 2 und 3. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Herodes lässt Jakobus töten. Nimmt auch Petrus gefangen. Herodes war kein wirklich guter Herrscher. Er musste immer um seinen Thron zittern. Mit Rom hatte er es nicht so gut. Und deshalb hat er sich bei seinen Untergebenen versucht, so einzuschleimen. Er hat versucht, dass wenigstens die Juden seinen Thron, seinen wackeligen Thron, wie ein bisschen sichern. Herodes ist für mich ein typisches Beispiel für jemanden mit einer sehr ungesicherten Identität. Immer so auf der Suche nach, wer bin ich, was kann ich, bin ich angesehen und ich, ich, ich so. Und man sieht dann, wohin das führt, wenn man kein gesichertes Ich hat. Nicht so weiss, wer ich bin. Wer ich bin in Christus. Wohin das führt. Es führt zum grösstmöglichen Gehweh. Größenwahn bei ihm. Ihr müsst dann mal nachlesen, Schluss des Kapitels. Herodes möchte sich als Gott verehren. Und dann sagen die Leute, das ist keine Stimme eines Menschen, das ist die Stimme eines Gottes. Und im nächsten Vers kommt Gott. Und Herodes stirbt von Würmern zerfressen. Ich finde das auch sehr ironisch so. Jemand, der sich als Gott ausgibt und dann kommt Gott und sagt, weisst du was, sogar die Würmli sind noch mächtiger als du. Du bist nicht mal ein kleines Würmchen. Das ist so wir im Vergleich zu Gott. Kleine Würmli, nicht ein Maus in mir im Vergleich zu Gott. Dieser Herodes also, er lässt Petrus ins Gefängnis werfen. Vers 4. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete, in vier Wachen von je vier Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. Petrus wird wie ein Schwerstverbrecher bewacht. Neben Petrus sind zwei Wachen, an die ist er angekettet. Dann gibt es drei Tore bis zur Freiheit. Vor dem ersten Tor steht eine weitere Wache, vor dem zweiten Tor die nächste Wache noch und dann kommt das grosse, eiserne Tor. Drei Tore zur Freiheit. Angekettet. Am nächsten Tag soll ihm der Prozess gemacht werden. Petrus weiss in diesem Moment, so wie er da behandelt wird, ist die Wahrscheinlichkeit gegen 100%, dass er am nächsten Tag hingerichtet wird. Dass er auch getötet wird. In dieser Situation befindet sich Petrus. Ausweglos. Im Gefängnis. Da erkennst du auch so Momente. Du den Eindruck hast, es ist alles ausweglos. Wo dich Dinge beschäftigen. Wo du dir Gedanken machst, wo du dich im Bett drehst und drehst und drehst und die Gedanken drehen sich und drehen sich. Und du weisst einfach nicht mehr weiter so. Schlaflose Nächte. Vielleicht wegen der Ehe. Man hat so gut gestartet, aber irgendwie im Moment ist es so harzig so. Oder in der Kindererziehung. Ich meine, wenn man sich für Kinder entscheidet, wer hätte da gedacht, dass das schlaflose Nächte geben könnte. Also nicht nur schlafarme, sondern auch schlaflose Nächte. Und einfach nicht mehr weiter weisst, wie man jetzt mit dem eigenen Teenage, mit den eigenen Kindern, was man da tun soll. Oder die Arbeitsstelle. So schwierig. Die Stimmung im Team. Der Chef, der Mitarbeiter, die Angestellten. Wäre auch immer so. Einfach so schwierig. Und die Prozesse. Und ach, so anstrengend so. Oder vielleicht denkst du auch, ja, ich hätte gerne diese Probleme. Ich habe gar keine Arbeitsstelle. Ich habe keinen Ehepartner. Ich habe keine Kinder. Und auch das kann wie so schlaflose Nächte bereiten. Geldmangel, Zukunftsängste, Streit, ungeklärte Beziehungen. Mit irgendjemandem, mit der Familie, Nachbarn. Oder auch Abhängigkeiten so. Süchte, unter denen wir leiden. Ausweglose Situation. Nun, die Petrus hat immerhin noch eine Gemeinde. Die Gemeinde, Vers 5. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Was konnte die Gemeinde für Petrus tun? Nur beten. Da hilft nur noch beten. Vielleicht kennt ihr diesen Satz. Da hilft nur noch beten. Manchmal sagen wir den Satz ja viel zu spät. Man sucht und sucht und sucht. Man findet es einfach nicht. Und nach stundenlangem Suchen denkt man, da hilft nur noch beten. Und Jesus hilft mir. Zack, ich habe es gerade gefunden. Gut, vielleicht nicht gerade so schnell, aber manchmal extrem schnell. Und dann merkt man, vielleicht hätte ich am Anfang schon beten sollen. Da hilft nur noch beten, sagen wir manchmal viel zu spät. Weil wir so, ich, ich, ich mal ich zuerst. Und wenn ich es dann nicht schaffe, dann kann immer noch Gott so. Notlösung, Gott. Andererseits gibt es auch Momente, da merken wir von Beginn weg, da hilft nur noch beten. Kann ich gar nichts tun. Ich denke vor zwei Wochen, als Erikson da auf dem Spielfeld zusammengebrochen ist mit dem Herzstillstand. Wie viele haben da wahrscheinlich gebetet. Weil nur wenige konnten etwas tun. Und ich bin so dankbar, dass wir in diesen Momenten beten können. Wir wissen, es gibt einen Gott. Auch dann, wenn menschlich gesehen wir gar nichts tun können. Wir dürfen beten. Und wir können beten. Besonders gefällt mir hier, dass die Gemeinde betet. Und darf ich heute mal wieder die Einladung aussprechen, zum Gemeindegebet zu kommen, nächsten Mittwoch. Für uns als Gemeinde ist diese Stunde des Gebets sehr wichtig. Eine Stunde alle zwei Wochen. Ganz herzliche Einladung, nächsten Mittwoch. Dann die Gemeinde betete ohne Aufhören. Vielleicht hast du auch irgendwo aufgehört zu beten. Du denkst, das bringt es eh nichts. Vielleicht ist heute Morgen der Moment, wo du den Faden wieder aufnimmst. Und wieder beginnst dafür zu beten. Auch in dieser ausweglosen Situation, in der du drin bist. Lese weiter Vers 6 und 7. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, mit zwei Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Während die Gemeinde betete, was macht Petrus? Er schläft. Stellt euch das mal vor. Du bist gefangen. Handgekettet. Morgen wartet die Hinrichtung auf dich. Prozess. Wahrscheinlich Hinrichtung. Und du schläfst. Tief und fest. Während manche von uns in Situationen nicht schlafen können, die gar nicht so todernst sind, kann Petrus schlafen in einer Situation, die todernst ist. Ich finde das faszinierend. Faszinierend. Petrus schläft. Sogar so tief, dass er dann denkt, er würde träumen, als ihn der Engel befreit. Oh, diesen Schlaf wünsche ich dir und mir auch immer wieder so. Tiefer Schlaf in der ausweglosen Situation. Vers 8-10 Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Strasse weit und alsbald verließ ihn der Engel. Wenn ich diese Situation so lese, dann erinnert mich das ganz stark an unsere grundsätzliche Situation als Menschen. An das Evangelium. Die Bibel, wenn wir sie gesamthaft lesen, teilt uns ja mit, dass wir Menschen alle von Geburt an in einer ausweglosen Situation sind. Alle. Das ist die schlimmste Botschaft, die man überhaupt hören kann. Das sagt uns die Bibel. Die sagt uns, wir Menschen sind Sünder, auf uns alleine gestellt. Wir tun nichts, was vor Gott irgendwelchen Wert hätte. Vielmehr tun wir Dinge, die Gott nicht gefallen. Wir zerstören unser eigenes Ich. Mit unserem größen Wahn. Dass es immer nur um uns geht. Wir zerstören Beziehungen mit anderen. Wir zerstören alles. Auch die Natur. Sünde zerstört. Und das große Problem ist, wir sind in alle Ewigkeit von Gott getrennt. Und wir können nichts, aber auch gar nichts tun, diese Situation von uns aus zu verändern. Und dann kommt die beste Botschaft, die es überhaupt gibt, das Evangelium. Und die sagt uns, aber Gott hat alles für uns getan. Alles. Er wurde Mensch in Jesus Christus. Und Jesus lebte für mich. Ich finde das so faszinierend, dass Jesus das Leben gelebt hat, das ich nicht leben konnte. Das perfekte Leben. Und Jesus starb für mein unperfektes Leben. Und er nahm die Strafe auf sich, die ich verdient hätte. Und dann, irgendwann einmal, so hoffe ich, ist es auch bei euch geschehen, werden wir wie so aus dem Schlaf geweckt so, dem wir einfach drin sind. Und plötzlich merken wir, aha, ja stimmt, ich bin Sünder. Ich brauche Vergebung. Und wir werden dahin geführt, dass wir unsere Sünden Jesus bekennen und ihn als Herrn in unser Leben aufnehmen. Und noch bevor wir es richtig begreifen, sind wir Kinder Gottes und folgen ihm nach. Und klar, das alles geschieht nicht ohne uns. Auch bei Petrus, es steht da, und er tat es. Petrus tat es selbst und auch wir, wir bekennen unsere Sünden selbst. Wir nehmen Jesus selbst als unseren Herrn an. Aber das Entscheidende tut Gott. Er tut es. Vor uns, mit uns. Wie bei Petrus. Er lässt die Wachen schlafen. Er lässt die Fesseln abfallen. Er führt in die Freiheit. Und das wünsche ich dir heute Morgen, dass du das erleben darfst. Wie Gott dich in die Freiheit führt. Vielleicht bist du heute hier und du weisst irgendwie, dass du noch nie im Leben so richtig die Sünden mal bekannt hast und Jesus als Herrn angenommen soll. Wir nennen das auch Bekehrung. Dann könnte heute Morgen der Zeitpunkt sein, wo du sagst, heute bekenne ich meine Schuld. Und ich nehme Jesus als meinen Herrn an. Heute. Und dann wünsche ich dir, dass du erlebst, wie Gott dir Freiheit schenkt. Freiheit aus dem Gefängnis der Sünde. Es war vor zwei Wochen. Ich habe die Predigt gehalten in Langenthal. Es gab damals zwei Gottesdienste. Und ich habe dann im ersten Gottesdienst ganz normal gepredigt. Und dann haben sie mir gesagt, im zweiten Gottesdienst musst du nicht mehr predigen. Wir haben alles aufgezeichnet und dann geschieht alles über die Leinwand. Das ist immer so bei uns. Ich habe gedacht, gut, okay, haben sie mich verabschiedet. Ich bin ins Auto gestiegen, losgefahren, habe gedacht, super, halbi Elfi. Das reicht gerade, um direkt nach Schönenwehr zu fahren. Dann habe ich noch Gemeinschaft mit einigen. Gehe dann mal in die Übertragung. So habe ich mich so gefreut, das mal endlich auch selbst mitzuerleben. Nach acht Minuten Autofahrt habe ich festgestellt, ich habe meine Gegenstände in Langenthal vergessen. Ich musste nämlich Gegenstände mitnehmen, um mich vorzustellen. Der Moderator hat das dann super in die Dekoration integriert. Und da war dann mein Fussball und die Lagert-T-Shirts und so, um mich vorzustellen. Und ich habe dann gedacht, ja, irgendwie kommen die schon wieder zu mir, aber eigentlich, ich bin erst acht Minuten entfernt. Ich kehre doch wieder rum, es ist erst halbi Elfi. Also bin ich umgekehrt so zurück und war natürlich auf der Bühne vorne und ich habe dann den ganzen Gottesdienst selbst noch einmal miterlebt, meine Predigt und so. Und dann war ich so in diesem Gottesdienst und da habe ich Gott gesagt, so, das ist bestimmt kein Zufall, dass ich wieder hier bin. Jetzt bin ich gespannt, was du tun wirst, hier bin ich, gebrauche mich. Es gab dann wunderbare Begegnungen und danach kommt eine Frau auf mich zu und fragt, du Matthias, du fährst auf Aarau, kann ich mit dir mitfahren, ich besuche jemanden in Aarau. War eine Frau, ja, man hat gesehen, das Leben hat sie sehr stark gezeichnet, so. Sieht das ja, Tattoos, Drogenabhängigkeiten und so. Und ich habe mir schon überlegt, was spreche ich jetzt eine halbe Stunde lang mit dieser Frau, so, im Auto. Aber das war eine Sorge, die war umsonst, denn sie hat mir erzählt, eine halbe Stunde lang, was Gott in ihrem Leben getan hat, im letzten halben Jahr. Vor einem halben Jahr ließ sie sich taufen und in diesem Moment der Taufe hat sie mir gesagt, sei sie frei geworden von jahrelangen Drogen, von Abhängigkeiten, von Nikotin und all das. Und ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus, was Gott heute tun kann. In einem Moment so. Sie hat mir gesagt, in diesem halben Jahr habe ich so viel über Gott erfahren, das hätte ich früher nie gedacht. Nie gedacht. Und sie hat mir auch erzählt über ihren Glaubenskampf, Versuchungen, die sie jetzt auch immer noch kennt und so weiter. Aber das wünsche ich dir zu erleben, heute Morgen, dass Gott dich in die Freiheit führt. In eine Freiheit, die du dir bis jetzt noch nie vorstellen konntest. Freiheit. Gott kann das heute noch tun. Gott kann uns einen Weg aus ausweglosen Situationen bereiten. Weg aus ausweglosen Situationen. Lese weiter, Vers 11 und 12. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, Nun weiss ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Peter sagt, je, ich bin befreit worden von dem, was das Volk erwartete. Was erwartete das Volk? Ziemlich sicher die Hinrichtung. Codex Justinianus, Buch 9, Kapitel 4, 4 steht, dass damals die Wachen, wenn sie jemanden entfliehen ließen, dass sie genau die gleiche Strafe erwartete, wie dieser Häftling erwartet hätte. Also wenn ein Wachmann einen Gefangenen entfliehen lässt, dann weiss er, jetzt passiert mit mir genau das Gleiche, was dieser Mann erwartet hätte. Was ist mit diesen Wachen passiert? Ihr könnt es lesen in Vers 19, Herodes ließ sie abführen. Er ließ sie hinrichten. Petrus hatte die Hinrichtung zu erwarten, wirklich. Und jetzt ist er frei. Und was macht dieser geflüchtete Knasti? Er geht direkt zur Gemeinde. Dort gehören wir hin. Wenn Gott uns in die Freiheit führt, führt er uns in die Gemeinde, in seine Familie. Das ist der Ort, wo wir hingehören. Vers 13 und 14. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf. Lief hinein und verkündete Petrus Stünde vor dem Tor. Okay, da ist ein frisch geflüchteter Knasti. Der weiß, jetzt setzen die dann alles in Bewegung, um mich zu finden, denn ihr Leben steht auf dem Spiel. Das wussten die. Ich glaube, die Wachmänner, die haben dann ganz Jerusalem auf den Kopf gestellt, sozusagen. Und Petrus steht vor der Tür und klopft und klopft und denkt, lämme hin. Und dann kommt Rode, eine Magd, und die hat so Freude, dass sie ihn gerade draußen lässt. Das finde ich voll ironisch. Dann geht Rode rein. Vers 15, sie aber sprach, also die Gemeinde sprach zu ihr, Du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so, da sprachen sie, es ist sein Engel. Jetzt stellt euch mal vor. Petrus geht zur Gemeinde. Was tat die nach dem Vers 12? Es waren viele beieinander und beteten. Die beteten, Jesus, schenk, dass Petrus Kraft hat in dieser schwierigen Situation. Schenk ihm Gelassenheit. Hilf ihm morgen ein gutes Zeugnis abzulegen. Hilf ihm auch in der letzten Stunde seines Lebens, dir nicht abzusagen. Sei bei ihm. Und ich glaube, wahrscheinlich haben sie auch gebetet. Und Gott, wenn es dir irgendwie möglich ist, dann schenk doch noch die Freiheit. Die beteten. Und dann steht Petrus tatsächlich da. Und es kommt jemand, der sagt, Petrus ist frei. Nein, kann nicht sein. Kann nicht sein. Es ist bestimmt sein Engel. Hey, die glauben noch mehr an Engel als an Gott. Findest du das auch mega erschreckend? Gemäß statista.com glauben 43% der Deutschen an einen persönlichen Schutzengel. Wie viel glauben an einen persönlichen Jesus, der heute noch lebt und handelt? Erschreckend. Wir Menschen glauben mehr an Engel und Übersinnliches als an Gott. Könnt ihr das irgendwie auch fast nicht glauben, dass da eine verfolgungserprobte Gemeinde ist, die unglaublich viel mit Gott schon erlebt hat, und dann betet und nicht glaubt, dass Gott das Gebet erhören kann. Könnt ihr das auch fast nicht glauben? Oder geht es euch eher so, dass ihr denkt, doch, habe ich Verständnis dafür. Geht mir manchmal auch so. Ich bete und bete und glaube gar nicht wirklich daran. Und wenn es Gott dann schenkt, ja, ist nur ein Zufall gewesen. Wäre auch so passiert, wenn ich nicht gebetet hätte, so. Gott sei Dank, und das meine ich wortwörtlich, Gott sei Dank ist Gottes Handeln nicht von unserem allerletzten Glauben abhängig. Gott sei Dank kann Gott unser Gebet erhören, auch wenn wir nicht hundertprozentig glauben, dass er es macht. Ich bin so dankbar, dass mein letzter Glaube nicht so entscheidend ist. Dass es nicht so entscheidend ist, wie gross mein Glaube ist, sondern vielmehr, wie gross der Gott ist, an den ich glaube. Dass das entscheidend ist. Du kannst unglaublich grosser Glaube haben an Humbug, und es bringt gar nichts. Oder einen schwachen Glauben an einen starken Gott, und es bewirkt Unglaubliches. Vers 16 Petrus aber klopfte weiter. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Du hast auch schon erlebt, ihr seid in einer Gemeinde, und ihr seid so enttäuscht worden. Man hat euch wenig geöffnet, das Herz nicht geöffnet, oder was auch immer. Du bist so enttäuscht. Und wer länger in einer Gemeinde dabei ist, erlebt Enttäuschungen. Immer. Man erlebt, wie Menschen das Vertrauen missbrauchen, wie Menschen tief verletzen. Man erlebt, wie da genau das Gleiche passiert wie Dussenau. Das hast du auch schon gedacht so. Gemeinde, das sind doch die Heiligen, aber die sind kein Stück heiliger wie die Unheiligen. Da passiert genau das Gleiche wie in der Welt. Das brauche ich irgendwie nicht. Vielleicht auch schon so gedacht so. Dieses Hintenrum-Gerede, dieses negative Getue, diese Verletzungen, Enttäuschungen, diese Heuchelei, diese Lieblosigkeit, dieser Egoismus. Du bist schwer enttäuscht worden. Enttäuscht. Sehen Sie im Wort. Ende der Täuschung. Du hast dich getäuscht. Jetzt bist du enttäuscht worden. Von der Gemeinde. Und vielleicht ist dieses Bild hier, dass Petrus abgibt, genau das Bild, das du heute brauchst. Und er klopfte weiter an. Er ging nicht einfach zum nächsten Haus. Er klopfte weiter an. Er gab nicht auf. Er nahm nicht den Hinterhausgang. Er warf nicht die Flinte ins Korn. Er gab nicht auf, trotz dieser Enttäuschung. Er wurde nicht zu einem Independent-Christ, zu einem Indie-Christ, wie es heute ganz viele gibt. Unabhängige Christen. Nein. So hat sich Gott das nicht vorgestellt. Weisst du, Jesus, als er zutiefst enttäuscht wurde von mir und dir, stieg er auch nicht vom Kreuz herunter. Er sagt, weisst du was, gib ihn auf. Er blieb. Und deshalb, weil Jesus nicht aufgegeben hat, deshalb fordert er uns auf, vergib, wie du Vergebung bekommen hast. Sondern vergeben, wie wir, wie uns vergeben worden ist. So, nun war Petrus in der Gemeinde und er winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte und sprach, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern und dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Er verkündet, Petrus muss erzählen, was er erlebt hat. Wie Rode auch alles liegen ließ. Und hineinstürmt und sagt, Petrus ist da. Wovon das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Dann sagt Petrus auch noch, und jetzt verkündet es Jakobus und den Geschwistern. Sag es weiter. Wovon unser Mund voll ist, wovon unser Herz voll ist, davon geht der Mund über. Das ist bei uns immer so. Das, was unser Herz erfüllt, davon müssen wir sprechen, die ganze Zeit. Es war vor neun Jahren, wir wohnten damals in Buchs und wir hatten eine Wohnung im zweiten Stock und wenn man uns besuchen wollte, hat man so oft das Gartentörli geöffnet, das hat ein bisschen so gegiert, gegiert, seit man auf Schweizerdeutsch glaubt, war nicht so geölt. Dann die Wendeltreppe hoch, dann, bam, 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 und dann Kling-Klang. Das war immer sehr faszinierend, weil man den Besuch schon von weitem hörte. Und ich war dann so beim Arbeiten und oft war ich sehr neugierig, wenn ich so hörte, Wer kommt jetzt eines Nachmittags? Und ich so neugierig, habe niemanden erwartet, wer kommt und besucht mich da am Nachmittag. Bin so aufgestanden, habe aus dem Fenster geschaut und dann sah ich, wie jemand mit meinem Velo davon fährt. Geistesgegenwärtig habe ich das Fenster geöffnet und geschrien, Halt, Stopp, sofort das Velo zurückbringen! Also mit meiner lautsten Stimme, wie ich hatte damals, und der Typ ist vom Velo gestiegen, hat das Velo zurückgebracht, sich x-fach entschuldigt und weg war er. Ich, voller Adrenalin, wusste nicht so genau, was mache ich jetzt da? Habe das Handy genommen, ein Foto gemacht und das Ganze auf Facebook gestellt. Wovon das Herz voll ist, dessen geht der Mund über, oder? Ich musste das weiter erzählen, das war so faszinierend. Das Velo habe ich heute noch, oder gerade diese Woche wieder geflickt. Anker, Ruben. Wunderbare Geschichte. Wovon das Herz voll ist, dessen geht der Mund über? Ich möchte dich fragen, über was musst du die ganze Zeit sprechen? Wovon ist dein Herz im Moment gerade voll? Dass du es überall erzählen musst, bei jedem Kaffee, in jedem Gespräch. Wovon sind deine WhatsApp-Status voll? Wovon geht dein Mund über im Moment? Was würden deine Mitmenschen im Moment sagen, aha, das ist das Wichtigste in seinem Leben? Und ich muss euch ehrlich gestehen, ich wünschte mir bei mir noch mehr Jesus. Dass es noch mehr um das geht, was der Herr getan hat, wie bei Petrus. Und nicht andere Dinge. Wovon geht dein Mund über? Also wir sehen in diesem Text einige ironisch, anmutende Situationen. Momente. Wir sehen zum Beispiel, Petrus schläft und während so manch einer schlaflos wäre, kann er tief schlafen. Ich möchte dich fragen, wo wünschst du dir aktuell besseren Schlaf? Und dann sehen wir, die Gemeinde betet und glaubt dann doch nicht, dass Gott das Gebet erhört. Wo brauchst du gerade glauben, dass Gott eingreifen kann? Rode öffnet und lässt Petrus vor der Tür, voller Freude lässt sie nicht hinein. Wovon ist dein Herz voll? Brauchst du im Moment gerade mehr Begeisterung für Jesus und das, was er tut? Ich möchte euch diese Fragen mitgeben, für euch persönlich, für die Kleingruppe, wo auch immer. Und möchte zum Schluss noch beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Geschichte hast geschehen lassen. Ich finde das so genial, so voller Ironie, Ironie, wie die Menschen gedacht haben, wie es gekommen ist, wie die Menschen gehandelt haben, was passiert ist. Faszinierend. Gott, ich bin dankbar, dass dein Handeln nicht von unserem teilweise unlogischen Verhalten abhängig ist. Danke. Und Jesus, ich danke dir, dass du für mich gelebt hast, für mich gestorben bist. Mich in die Freiheit führen möchtest, immer wieder. Und ich bitte dich jetzt für Menschen, die da sind, die genauso eine ausweglose Situation erleben, dass heute Morgen der Moment ist, wo du in die Freiheit führst. Schenk einen Weg aus ausweglosen Situationen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du neu wieder schlafen lässt, wo vielleicht einige schlaflos sind im Moment. Dass du guten Schlaf schenkst, wie bei Petrus. Und ich bitte dich, für diejenigen, die im Moment gerade neu Glauben brauchen, dass du diesen Glauben schenkst. Und Jesus, ich wünsche mir für mich und für uns alle, dass unser Herz neu erfüllt wird von dir. Die Freude an dir. Und dass unser Mund nicht anders kann, als davon zu erzählen, was du getan hast und was du heute noch tun willst. Amen.